Okay, hier haben wir einmal die Königskette in 70 cm Länge und 5 mm Breite, Vierkant aus 925 Silber. Und bei dieser Kette kann man die auch so überziehen, ohne aufzumachen. Und unter dem T-Shirt getragen, sieht das Ganze so aus, man sieht es ja nur im Nacken. Oder so, okay, 70 cm lang, 5 mm Breit, Vierkant, 925 Silber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017